Die Zukunft der Erde steht auf dem Spiel. Nur zwei Helden können uns alle retten. Es ist unmöglich, dass fähige Leute wie wir das vermasseln können. Hi, ich bin Petunia. Ich bin Geschmackswissenschaftlerin in der Kargummefabrik. Wow. Was macht ihr beruflich? Wir sind ein paar altmodische Draufgänger. Es ist Zeit für die nächste Phase meines Plans. Hier geschehen ein paar äußerst eigenartige Dinge. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Nichts an diesem Kargummi ist bemerkenswert. Oh, mein... Kargummi! Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir sind vielleicht nicht die Besten für den Job. Du bist ein Feigling? Und du bist ein Nerd? Und ich? Ich bin einfach ein bisschen verrückt. Oh, sorry. Solange wir zusammenhalten, wird alles gut gehen. Ich hoffe, dieses bruchsichere Glas hält der Belastung stand. Aber das ist kein bruchsicheres Glas. Duffy Dark und Schweinchen Dick. Wir haben vor gar nichts Angst. Kau an! Geh mir! Oh, oh, macht es weg! Reisen ins Weltall. Für ein klebriges Abenteuer. Oh, 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 oh. Ein klebriges Abenteuer. Duffy Dark und Schweinchen Dick retten den Planeten. Wir müssen schnell handeln. Und es gibt nur eine Person für diesen Job. Duffy? Oh nein, nicht die Ente. Nur im Kino.